Ich schaffe das hier nicht. Das sehe ich anders. Ich bin mir sicher, dass du das kannst. Das ist nicht gut. Ich muss etwas tun. Sonoko, würdest du mit mir den Platz tauschen? Ich muss auf die Toilette. Bitte? Shinichi? Ich wurde gerade von der Sapporo-Kontrollstelle dazu geschaltet. Ihr scheint ja wirklich in einer sehr schwierigen Situation zu stecken. Glaubst du etwa, ich lasse zu, dass du keine sichere Landung hinlegst? Hörst du mir zu, Ran? Der schwingt. Mal wieder große Reden. Hör mal, Shinichi. Ich sitze auf dem Pilotensitz und halte das Leben aller Passagiere in meinen Händen. Also hör jetzt auf, so einen Stuss zu reden. Nie bist du da, wenn was Wichtiges passiert. Wir telefonieren nur noch. Und wenn du mal zurückkommst, dann bist du sofort wieder weg. Immer. Immer. Du lässt mich immer wieder allein zurück. Er würde sich sehr freuen, wenn du so lange auf ihn warten könntest. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was du dir bei all dem denkst? Kannst du das? Du bist meine große Liebe, Shinichi. Ach. Ach, Ran. Da ist Licht. Hä? Du hast es geschafft, Ran! Oh. Ran. 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 Ran! Aber was hast du denn, Ran? Huh? Sonoko? Oh. Oh.